Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und Therapeut und heute verrate ich dir den größten Fehler, den die meisten Menschen in ihrer Beziehung machen. Wenn du diesen Fehler nicht wiederholst, dann steht eigentlich einer glücklichen und langfristigen Beziehung besonders nichts im Weg. Bevor das Video losgeht, wollte ich dich noch kurz einladen zum nächsten kostenlosen Coaching-Abend, der jetzt bald stattfindet, wo ich wieder deine oder eure Beziehungsfragen und auch Single-Fragen beantworten werde. Du kannst dich dafür, wie gesagt, kostenlos anmelden und findest alle Infos auf www.emanuelerk.com oder hier unter diesem Video. Das Erste erstmal vorab. Das meiste, was Menschen über Beziehungen denken oder glauben zu wissen, ist Quatsch. Ist einfach eine große Lüge. Denn wir haben nie wirklich in der Tiefe gelernt, um was es in Partnerschaften geht. Die meisten Beziehungscoachings, Ratgeber, Bücher und so weiter sind voll mit schönen Tipps und Ratschlägen. Aber meistens ist das nicht die Problematik, die Menschen haben. Sondern wir müssen gucken, was ist die Ursache dafür, dass wir überhaupt Beziehungsprobleme erleben. Dadurch, dass es eigentlich generell jeden Menschen betrifft, jede zweite Ehe wird geschieden, jeder hat etliche gescheiterte Beziehungen in seinem Leben, hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist die Norm. So ist das einfach. Vielleicht gehört es einfach so zum Menschsein. Das ist aber nicht die Norm. Sondern wenn wir tiefer hinschauen, hat es einen Hintergrund, warum Menschen solches wieder und wieder erleben. Und darin steckt auch dann letztendlich den Fehler, den die meisten in Partnerschaften machen. Und hier ist es mir wichtig, auch schon mal zu sagen vorab, die meisten Menschen machen diesen Fehler nicht, weil sie wirklich sich bewusst sind darüber, was sie hier tun. Sondern das Traurige an dem Ganzen ist, dass Menschen diesen Fehler machen, weil sie es einfach nicht besser wissen. Weil sie sich dessen gar nicht wirklich klar und bewusst sind. Das heißt, wenn du dieses Video schaust, bist du vielen, vielen Menschen in ihrer Beziehung, in ihrer Partnerschaft schon mal einen großen Schritt voraus. Lass uns nun erstmal eintauchen. Woran liegt es, dass Menschen in Beziehungen an Grenzen kommen? Was ist das, was da wirklich faktisch stattfindet letztendlich? Wenn wir dort reingucken in Partnerschaften, und da geht es nicht nur um langfristige Partnerschaften, sondern auch wenn du Single bist und gerade jemanden kennenlernst, ist es immer das Gleiche. Zwei Menschen begegnen sich, lösen etwas ineinander aus und kommen dann innerlich an Grenzen und reagieren dann mit gewissen Strategien und Mustern. Beispielsweise, ich lerne jemanden kennen. Derjenige nimmt sich nicht die Zeit für mich, die ich gerne hätte. Also, reagiert nicht auf die Art und Weise, redet nicht so, wie ich es vielleicht erwarten würde, ist nicht so liebevoll oder was auch immer. Das triggert etwas in mir. Das heißt, ich merke, ich fühle mich vielleicht abgelehnt, nicht gesehen, alleine im Kontakt mit dem anderen. Und das, was ich bereits selbst erwähne, ist den meisten Menschen nicht bewusst. Die meisten Menschen unterscheiden nur, ich fühle mich wohl mit dem Menschen oder unwohl. Aber dort wird etwas aktiviert bei uns durch den Kontakt, durch die Beziehung. Das gleicht natürlich auch, wenn wir in längeren Partnerschaften sind. Und da kennen wir es noch besser, dass wir immer merken, da gibt es immer wieder diese Trigger. Mich triggert es, dass du das so machst. Mich triggert es, wenn du dich so verhältst. Das heißt, es gibt so bestimmte Dynamiken, die dann entstehen. Das heißt, wir werden getriggert durch Verhaltensweisen des anderen. Und meistens sind diese Verhaltensweisen parallel zu Verhaltensweisen, die wir in der Kindheit von Mama und Papa erlebt haben. Das heißt, dort haben wir auch Rückzug erlebt, auch Ablehnung erlebt, Manipulation oder Bedürftigkeit und so etwas. Und das wiederholt sich dann meistens auch in unserer Partnerwahl und unserer Partnerschaft. Das triggert etwas in uns. Und hier wird es jetzt interessant. Weil das, was dort aufkommt, ist eigentlich meistens eine starke emotionale Ladung. Das heißt, Menschen kommen mit Gefühlen in sich in Kontakt, die sie überfordern. Gefühle von Einsamkeit, Hilflosigkeit, Schmerz, der auftaucht, Trauer, Ängste, die hochkommen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Was ist es? Aber generell ist es immer eine hohe emotionale Ladung. Und dann beginnt sich auch in unserem Gehirn etwas umzuschalten. Du hast nicht mehr die gleiche Kapazität, wie wenn du dich entspannt und ruhig fühlst. Sondern du kommst mehr und mehr in Überlebenszustände. Du fühlst dich bedroht von dem ganzen, bedroht von den Gefühlen, die in dir auftauchen. Und dann beginnen wir mit erlernten Überlebensmustern, auf diese emotionale Ladung zu reagieren. Und das ist, wie die meisten Menschen Beziehungen führen, bis sie ins Grab gehen. Das heißt, jetzt tauchen diese Thematik auf und dann schauen sie mit ihren Überlebensmustern, dass sie irgendwie diese Ladung reguliert kriegen. Oder letztendlich den Partner, und das ist leider was dann auch bei vielen langfristigen Beziehungen passiert, den Partner so sehr auf Abstand halten von sich, so viel Distanz einhalten, dass diese Träger nicht mehr passieren können. So stabilisieren auch viele Beziehungen ihren Kontakt oder ihre Partnerschaft. Führt natürlich dann wieder zu was anderem, nämlich, dass wir uns unlebendig in Beziehung führen, distanziert. Also es entsteht letztendlich ein neuer Träger. Wir kommen nicht um dieses Thema rum, das in den Blick zu nehmen und wirklich zu schauen, warte mal, was zeigt sich hier in meiner Partnerschaft? Was taucht hier auf? Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn Menschen offen dafür wären und sagen, okay, hier wird irgendwas getriggert in mir. Und dieser Träger ist nicht einfach aus Jux und Tollerei da, sondern wenn Menschen beginnen würden, sich zuallererst genau damit zu beschäftigen mit sich. Was taucht da in mir auf? Und nicht auszuagieren im Außen. Und das ist der größte Fehler, den Menschen in Partnerschaften machen. Sie versuchen, Zustände, die in ihnen auftauchen, emotionale Erfahrungen, die wieder hochkommen in ihnen, emotionale Notzustände, die sie erleben, durch das Außen zu regulieren. Indem sie in den Konflikt gehen mit den anderen, in Vorwurf gehen, mauern, in Distanz gehen, sich vielleicht sogar noch trennen in den anderen, beginnen zu manipulieren, lieb und nett sein, dass der andere bloß bleibt. Welche Strategie wir auch immer nehmen. Diese Regulation, indem ich das versuche im Außen zu verändern, wird langfristig immer dazu führen, dass das Ganze crasht. Das funktioniert einmal, zweimal, dreimal, aber irgendwann ist der Topf voll und läuft über. Sondern was es braucht, ist, dass ich hinschaue und schaue, warte mal, was wird hier in mir berührt? Was taucht hier in mir auf? Und dann wirklich zu lernen, wie kann ich das verarbeiten? Wie kann ich mit diesen emotionalen Zuständen arbeiten? Wie kann ich sie wirklich lösen innerlich? Denn was dort aufkommt, um das auch noch für dich in den Kontext zu setzen, sind unverarbeitete Themen oder emotionale Notzustände aus der Kindheit. Das heißt beispielsweise, wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich mir mehr Beziehung wünsche zu Mama und Papa, mehr Nähe wünsche, aber meine Eltern mich sehr, sehr früh in Fremdbetreuung geben. Ich komme vielleicht mit einem Jahr schon irgendwie in den Kindergarten und bin auf einmal schon getrennt von meinen Eltern. Das heißt, ich habe diesen emotionalen Notzustand von Angst, von Hilflosigkeit, von ich fühle mich hier überfordert, keiner sieht mich, ich schreie, keiner geht darauf ein, weil Mama und Papa müssen zur Arbeit. Dann beginne ich das in mir wegzusperren, mich davon abzuspalten, wie man es in der Traumatherapie sagt. Ich spalte gewisse Zustände, gewisse Traumatisierungen, die ich erlebe, ab. Und die werden dann irgendwo in meinem Schrank der Traumatisierung schön in die letzte Ecke weggesperrt. Jedoch musst du dir vorstellen, es ist wie, wenn ich permanent quasi einen Ball unter Wasser halten muss. Das ist immer mit Anstrengung verbunden, wenn ich diese Themen weghalten muss. Und irgendwann habe ich nicht mehr die Kraft und es ploppt hoch. Und eine Partnerschaft sozusagen sorgt dafür, dass dieser Auftrieb dieses Balles noch viel intensiver ist und ich immer wieder diesen Ball ins Gesicht bekomme. Und dann entsteht schnell die Illusion, die Schuld liegt bei dem anderen, dass dieser Ball mir immer wieder in die Schnauze fliegt. Dabei ist es einfach so, dass eine Partnerschaft nun schneller das hervorbringt, was sowieso da ist. Und darin steckt etwas Liebevolles. Denn indem wir beginnen, endlich diesen Schrank aufzumachen, ihn auszuräumen, entsteht neuer Raum in uns, neue Kapazität, ganz neue Perspektiven aufs Leben. Eine wirklich tiefere Lebendigkeit, ein mich verbunden fühlen mit dem Leben. All das, wonach Menschen sich ja sehen. Warum lebst du? Warum machst du das, was du jeden Tag machst? Was suchst du in Partnerschaften? Wenn du richtig hinspürst, ist immer das Gleiche. Du sehnst dich danach, dich entspannt zu fühlen, zufrieden zu sein, glücklich zu sein, zu lieben und geliebt zu werden, in Verbindung mit jemandem zu sein, Sicherheit zu erleben. All diese ganzen Aspekte, dich frei zu fühlen und dort tiefer hinzufinden, geht nicht über das Außen. Über das Außen ist es extrem mühsam, sondern indem sich das in mir transformiert, indem ich diesen Ball mal hochhole, mir ihn genau anschaue, gucke, warum halte ich diesen Ball hier die ganze Zeit eigentlich in meinen Händen, mich damit auseinandersetze, dass ich dieser Ball Stück für Stück lösen kann und ihn irgendwann gehen lassen kann. Und dann bin ich nicht permanent damit beschäftigt, zwölf Bälle gleichzeitig irgendwie unter Wasser zu halten, nur damit die mir nicht alle ins Gesicht springen. Und dann beginnt wirklich eine Partnerschaft Tiefe zu bekommen und sich schön anzufühlen. Nicht schön in der Oberfläche, wie so eine Verliebtheitsphase, sondern wirklich so ein Ja, wir sind Menschen, die gemeinsam einen Weg gehen. Wir haben unsere Herausforderungen miteinander, aber wir können damit umgehen. Wir finden einen Weg gemeinsam, wir wollen gemeinsam einen Weg finden. Und dann kommt wirklich eine tiefere Entspannung in uns und unsere Partnerschaft rein. Deswegen, tu mir diesen Gefallen und mach nicht diesen Fehler, sondern schau wirklich hin. Wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, diese ganzen Bälle mal hier aus dem Wasser zu holen, lade ich dich ganz, ganz herzlich ein als Coaching. Du findest alle Infos dazu auf imanoerkt.com slash Coaching. Wichtig ist, wir arbeiten immer über mehrere Monate in einem Prozess mit Klieren. Nicht nur in ein paar Einzelsitzungen, sondern in einem wirklich ganzheitlichen Prozess. Weil nur ein paar Einzelsitzungen werden dir aus dem Ganzen nicht raushelfen. In zwei Einzelsitzungen ist nicht mehr ansatzweise überhaupt erstmal erklärt, was deine ganze Programmierung ist. Und dafür sind auch Einzelsitzungen nicht gedacht, dir nochmal alles aufzuschlüsseln. Sondern Menschen müssen erstmal grundsätzlich verstehen, wie funktioniere ich, wie funktioniert Beziehung, wie funktioniert Partnerschaft. Und dann parallel geht es darum, wirklich auch die inneren Themen, die auftauchen, zu verarbeiten. Dass da jemand an deiner Seite ist, der dich unterstützt, auch eins zu eins. Und dann gibt es auch so viele weitere extrem effektive Methodiken, mit denen wir an unserem Bindungsmuster arbeiten können. Und das alles machen wir über mehrere Monate. Wie gesagt, wenn du dazu mehr Infos möchtest, trag dich einfach ein für ein Kennenlerngespräch auf www.manuierg.com.coaching Und dann wirst du alles ausführlich erklärt bekommen. Alle deine Fragen können beantwortet werden. Und dann sehen wir uns vielleicht schon bald, vielleicht live und persönlich in deinem Beziehungscoaching. Und beginnen die ganzen Bälle hier mal aus dem Wasser zu holen. Ansonsten an dieser Stelle freue ich mich, wenn du das Video teilst, mit anderen Menschen, die ihre Fußballer die ganze Zeit unter Wasser halten und vielleicht auch diesen Fehler vermeiden sollten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Abonniere den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Und schau dich gerne auf meinem Kanal um, da gibt es auch etliche Videos rund um diese ganze Thematik. Und ansonsten freue ich mich darauf, dich nächste Woche im nächsten Video wiederzusehen. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Dein Immanuel. Dein Immanuel. Untertitelung des ZDF, 2020